Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Warp. Wir sind auf der Suche nach Gold, wo ich wahrscheinlich auf der falschen Höhe für bin. Wahrscheinlich muss ich für Gold noch ein Eckchen tiefer oder höher. Man weiß es nicht. Eisen habe ich auf jeden Fall genug und Manganese-Ohr. Ah, nee, das ist so fuhr. Verdammt, ich dachte es wäre Gold. Dann nehmen wir auch mit. Kann ja nicht schaden. Ich dachte jetzt Emeralds, aber Oranium geht auch klar. Ich buddel mich einfach jetzt ewig geradeaus. Alter, es sind so viele hier. Wann komme ich dran vorbei? Kopfer nehmen wir mit. Ah, shit. Schon wieder kein Platz. Das ist weg. So. Das ist mal der Nachteil, wenn man so schnell durch... Ja, das ist doch kein Tin. Das ist braun. Tin ist doch immer weiß. Hä? Also Tin ist immer so silber. Das verwirrt mich jetzt. So. Oh Gott, so viel Zeug hier, was ich nicht mitnehmen will. So. Hier ist Basalt. Jetzt sind wir eh auf die Höhe. Ich glaube, Gold ist höher, ne? Gold ist irgendwie 25 oder so. Kann das sein? Gehen wir mal höher. Höher. So. Hopp. Ich glaube, Gold war höher als... 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 Oh nein, hier ist Erde. Nicht Erde. Nicht Erde machen. Erde... Erde doof. Ich will keine Erde. Gehen wir mal auf 30 oder so. So in die Richtung. Ich habe jetzt auch keine Lust zu googeln. So. Hier auf der Höhe bleiben wir jetzt. Auf jeden Fall Windium. Nein. Nein. Ja. So. Oh. Tschüss. Ah! Den... Ist das der von Goro und mir? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, der ist das. Ja. Müsste der sein. Okay. Äh, ne. Ja, da oben ist auch mein... Ist das meins? Ich bin mir gerade unsicher. Es gibt Erfahrungspunkte, okay. Nee, ich hätte das doch alles mitgenommen hier. Nee, das ist nicht mein Tunnel. Das ist irgendein anderer. Egal. Mein Zeug. So. So. Mein Zeug. Äh, froh. Äh. Zack. Weg damit. Weg damit. Setz down. Das war auch mal ein Dungeon. Okay. Ich will da sehen, wie viele Bomben die Leute hier haben, ne? Hier sind Zombies. Hier irgendwo. Mein Wecker. Nein. Moment. Ich muss mich kurz hier einbauen. Moment. So. Ich hoffe, ich habe euch einen Schnitt gesetzt oder so, damit ihr jetzt nicht den Zombies lauschen konntet. Oder nur den Zombies lauschen konntet. Wo ist das? Hier wird es auf jeden Fall wieder leiser. Hier ist Wasser. Wenn der rumbackt. Hier drüber. Nein. Hier. Deep Iron. Was ist das? Ich finde die Dinge, die habe ich noch nie gesehen. What the fuck? Ich habe keinen Platz mehr im Winter. Dann pack doch einfach mal Zeug weg. So. Okay. Dass die laufen können, macht mich nervös. Dann denke ich immer, die kommen gleich und dann ist es vorbei. Gut denn. Wo seid ihr? Hier drüber eine Höhle. Ach. Ich bin kotzt. Oder der ist in diesem Zelda-Straun. Das kann natürlich auch sein. Das klingt sogar sehr wahrscheinlich. Weil. Ach ne. Alter. Du bist Fee. Warum seid ihr hier? Alter. Alter, hat er mich verjagt. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Das einfach alles rein. So. Wieder Platz haben. So. Sehr gut. Essen. So. Vielleicht finden wir hier ja. Gold. Oder sowas. Ist doch ich auch botanier. Ich dachte schon, das wären Diaz. Knochenstopp. Nimm die mit. So. So. Lime-Storn. Hallöchen. So. Alles klar. Nimm ich jetzt mal nicht mit. Fortanfuse-Storn. Nimm ich mit. Alles so Sachen, die man später nicht hat. Deswegen nehme ich die mit. Weil später das zu suchen ist immer. Sehr, sehr nervig. Oh, Barry. Das ist immer eine kleine Höhle hier. Aber hier war schon mal einer drin. Hier komme ich her. Der Sonne hat sich dann hier rausgebuddelt. Ist auf jeden Fall noch irgendwo eine Höhle. So. Was haben wir hier? Was? Shapeless Worktable. Hä? Moment. Wenn ich auf... Achso. Grindstone. Okay. Daraus mache ich das dann. Und was mache ich damit? Ah. Moment. Light Energy. Es gibt das ME-System hier? Womit wird das denn gepowert? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Womit das gepowert werden soll? Großartig Strom. Gibt es doch in dem Modpack gar nicht. Oder ist hier ein Magma-Dings drin? Ne. Lava Fabricators auch nicht. Lava Generator. Okay. Gibt es hier auch. Ne. Das gibt es nicht. Gibt es hier denn eine... Das gibt es auch nicht. Okay. Schnellfarmen-Sachen gibt es hier nicht. Außer halt mit Magie. Okay. Hätte mich jetzt aber auch gewundert. Weil... Ich wüsste jetzt gerade... Außer dem Lava Generator kenne ich jetzt keine Energiequelle in der Modpack. Und außerdem wäre diese Energiequelle echt kacke zu machen. Weil man dann Lava braucht ohne Ende. Moment. Warum ist es da? Komm, ist es hier... Okay. Was ist das denn für ein Zelda-Dungeon? Okay. Was ist das Gold? Oh, hier ist das Wasser. Oh, ich ertrinke. Okay, warte mal. Den Fackel-Track machen. Ah, ich fahre noch nicht durch. Scheiße. Äh. So. Kuss Luft holen. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Okay. Oh, fuck ich ertrinke. So. Ey. Ich habe Luft bekommen. Spiel bitte. Was ist das denn? Ach, der... Ach, ein Octorock. Lol. Scheiße. Ich brauche nicht Luft. Luft, Luft. Luft. Scheiße. Gib mir doch Luft. Da, jetzt habe ich Luft bekommen. Ach, ein Kack-Ding. Ah. Der Octorock hat mich gekillt. Ey, nicht die Luft wahrscheinlich. Äh. Ist das jetzt nicht? Das muss ich mir jetzt alles holen. Weil da ist alles. Alles. Ah, ist die da. Attacke. Bin ich gestorben. Da hinten? Was ist echt da hinten? Moment. War das da? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Nee, das war nicht da. Da. Da ist nix. Oh, es ist noch mir jetzt auch gerade keins. Da hinten bin ich gestorben. Ja, das kann sein. Das kommt hin. Schmuckowus. Tut mir leid. Ach, ich habe keinen Feieraspekt mehr. Egal. Du kannst mir trotzdem eine Hähnchenkeule droppen. Danke. Sogar zwei. Sehr nett. So. Das Asmagica-Wasser. Das ist ganz gut, dass wir es um die Ecke haben. Jetzt muss ich unter Wasser meinen Grabstein abbauen. Das ist kacke. Außerdem, wenn da Octorocks sind, ist das noch schlimmer. Und das normale? Nee, da sind Octorocks zwischen. Ich sehe euch doch. Alter, was? Ihr seid voll die Scheißviecher. Ich sterbe nochmal. Oh, lass mich raus. Irgendeiner davon schießt mit explosiven Sachen. Alter. Vater. So. So. Zyran. Ach, guck sie an. So. Nehme ich mir alle mit. Wenn ich es überlebe, habe ich welche. So. Da ist der andere. Warum schießt er mit so explosiven Scheiß? Willst du bitte draufgehen? Danke. So. Ach, da ist noch einer. Oh, wie viele sind denn hier? Und warum können die mit explosiven Sachen schießen? Alter. Aua. Wie weit können die auch schießen? Muss Essen holen. So ein Abfuck, ey. Essen holen und vielleicht sogar... Bogen. Ich habe keine Pfeile zu Hause. So, Essen. Ess ich die Brüder von denen. Schoko, du verlierst ganz schön viele Pfeile. Darf ich jetzt mal sagen? Äh, Federn. Sieben davon. Habe ich Hühnerfedern? Gehen die Federn auch so zum Bauen? Wenn ja, seid ihr mega nützlich. Seid unnütz. Shit. Okay, Federn können wir nicht bauen. Äh, Pfeile. Okay, dann haben wir jetzt ein Problemchen. Ein kleines... Alter, du bist so schlimm. So. Ich habe nur drei Minuten Zeit. Ich muss diesen fucking Grabstein holen. Er hat vier Minuten. Ich habe ja vorhin... Dreieinhalb. Er hat doch vier Minuten, ist er. Ich habe schon aufgerundet, als ich vier gesagt habe. Naja, diese doofe Wecker, da wo ich noch umstand. So. Fucking Octoroks, ne? Da kommt ein Skelett hoch. Ist klar. Okay. Das Skelett war das. Ist das dein Ernst? Ach, shit. Seid doch scheiße. Seid doch... Ich sterbe wieder. Komm, schieß mir ab. Gott, du Mistvieh. Und ein Octorok. Ja, geil. Ich will doch nur mein fucking Zeug haben. Schießt der den Octorok ab? Nee. Hm. Das ist echt ätzend. Natürlich siehst du mich. Keine Fackeln, um Wuff zu holen. Das wird eng. Gehst du denn nur da hinten, den Octorok? Lässt mich hoffentlich mal in Ruhe. Oh, das wird eng. Komm schon, 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 komm schon. Oh, fuck. ich hätte sogar noch platz also müsste ich alles haben oh mein gott eine hose ist kaputt okay alter zurück nach hause das war ein kackort zum sterben die botanien näher sind oh man ey oktrox habe ich noch nie gesehen aber jetzt weiß ich dass die scheiße sind und ich nicht ins wasser will oh nice wächst hier und gedeiht nur der pool wird nicht voller alles klar so halt die klappe so ich habe jetzt einen rucksack voller zeug äh manganese kann man das hier reinpacken tatsache stimmt ich hatte ja extra den dings gebaut hier um das zu machen die rüser dings kann er nicht machen so hallo wecker ja ich weiß bescheid ja ist ja gut ist okay manganese manganese von langese so gut dann würde ich sagen wir sehen uns dann im nächsten part wieder in der hochfach in der vergangenheit in der vergangenheit sind wir sehen uns dann wieder da gehe ich jetzt noch schnell hin so und ich springe ins portal wir sehen uns im nächsten part bis zum nächsten mal tschüss so 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 so